Hi, mein Name ist Birk. Ich bin Papa eines vierjährigen Sohnes und aus meiner Sicht gibt es einfach keine Alternative zu aktiver Vaterschaft. Und zwar als Väter müssen wir unsere Kinder aufwachsen sehen, müssen wir sie dabei begleiten. Die Zeit kommt einfach nicht zurück und ich möchte nicht irgendwie, wenn ich alt bin, bereuen, dass ich irgendwas verpasst habe. Und die Kinder werden schnell, viel zu schnell groß und wollen dann gar nichts mehr mit Papa zu tun haben im Zweifel. Es gibt aber noch einen ganz, ganz wichtigen Grund, warum aktive Vaterschaft so wichtig ist. Und zwar dürfen wir selbst noch mal Kinder sein und mit solchen tollen Dingen spielen, wie Dinosaurier oder uns damit beschäftigen. Und genau, ich habe endlich eine Rechtfertigung, warum ich solche Bücher lese und vorlese und deshalb ist es ganz toll, ein aktiver Vater zu sein. Man lernt sehr viel über Dinos, man kann noch mal Kind sein und genau, ich genieße es sehr in diesem Sinne. Passt auf den T-Rex auf, genießt eure Zeit und lernt ganz viel über Dinos. Wenn ihr Dino-Fragen habt, meldet euch bei mir. Nico. Teddy. Töne. Dad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020